Es sieht anfühls nicht so steil aus, aber es ist massig steil. Ja, wenn man jetzt in den Rückspiegel schaut, sieht man doch, was dort hinten das Loch abkommt. Ah, wieder einmal eine Krediterate, völlig. 6.946 Schweizer Franken. Gesamtsumme, wir haben bezahlt. Oder ordentlich bezahlt. Oh, der Schaufsäckl ist mir hinten drin. Das ist doch ein Arschloch. Schau mal den Schaden an dich. Aber das habe ich jetzt noch gesehen. Was für eine blöde Sau müsste das sein, da hinten? Von einem noch zahle ich eine Saubüße. Und ich habe jetzt den Schaden. Und nochmal den Schaden, wenn ich wenig verdammt für die ganze Lade. Mein Gott, dieser Tüschteig und der Typ verwamselt. Schau, schon wieder. Ist der nicht ganz bachend, der Mensch. Hey, der schiesst mich gerade an. Ja, die Lade gehört. Ja, die Lade gehört. 14%. Weisst du, was komme ich hier noch über? Da kommt ja gar nichts mehr über für diese Lade. Und jetzt kommt es schon wieder. Na, das ist Schaden jetzt gerade an. Ja, die Lade gehört. Ja, das ist die Lade. Da, meine Damen und Herren. Ja, die Lade gehört.